Brrra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-rratatatatatata. Ich hasse es. Brrra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Oh yeah, meine lieben Damen und Herren, das ist hier wieder Fake-Häuser. Wir haben zwei neue Häuser. Einmal die World Dönerbude und den Brrra-pa-pa-pa-pa-pa. Ich liebe es. Kann man vielleicht dieses... Ich liebe es. Ja, ihr lttle-ti-bin. Äh, ich glaube, dieses Bild kann man, das kann man doch, glaube ich, auch umdrehen, oder nicht? War das nicht? Guck mal, jetzt ist es ein W für Wambo. Das ist Wagdonalds. Wagdonalds ist das. Also, wir haben einmal eine Dönerbude und Wagdonalds hier. Und wer hat Bock anzufangen? Willst du bei mir einfach anfangen? Dann mache ich bei dir später. Nein. Nein? Okay. Dann geh einfach mal rein und such den Ort. Guten Tag, ich hätte einmal gerne die 6er Chicken Nuggets zu mitnehmen. Weißt du, das hier sind einfach schon so Dings. Was wollen sie bestellen? Wollen sie hier 50%? Das sind diese Coupons einfach, gell? Okay, ich bin weg. Geht den einfach rein. So. Oh, ich bin noch im Game-Mode drin. Immer im Game-Mode bist du. Geh aus dem Game-Mode raus, Alter. Nimm mir den doch einfach weg. Warum kannst du mir das nicht selber wegnehmen? Ja, weil du der Game-Master bist. Du bist einfach nur der Dummi-Master. Der Dumm-Master im Dummsein. So. Also, du willst also... Locker hinter, Alter. Schon schwierig. Ist schon drin. Schon drin eigentlich. Schon drin suchen. Es ist hier ein geheimer Eingang definitiv am Start. So. Du bist... Mir überhaupt nicht rausstecken. Du stehst direkt daneben. Du stehst direkt daneben. Hier an der... Da ist er sich auf den Stuhl gesetzt. Oha! Oh mein Gott! Du hast herausgefunden. Du musst dich auf den Stuhl setzen. War aber einfach aus Versehen. Hallo, Thomas. Oh mein Gott, Alter. Muss ich das jetzt vorlesen? Ja, komm, mach einfach. Hallo, Lars oder so. Wie du siehst, versuche ich hier einen neuen McDonald's aufzumachen. Aber leider... Das ist hier falsch gesetzt. Die Komma... Okay, da möchte ich nicht drüber sprechen. Aber leider klappt nichts wie geplant. Kannst du mir helfen? In jedem Raum gibt es noch Sachen zu erledigen. Na, super. Toll. Klingt ja gut. Wenn du alles... Wenn du alle getan hast... Ah ja, okay. Wenn du alle getan hast, schenke ich dir auch meinen Kack-Portal. Ja, wahrscheinlich Kack-Portal. Lars, vorlesen. Eins plus mit Sternchen. Schon mal alles gemacht. Also, er schenkt mir am Ende sein Kack-Pokal. Ist voll schwer auszusprechen. Sag es mal. Kack-Pokal. Sag mal Kack-Pokal. Kack-Pokal. Sag mal Knack-Kokal. Ah, egal. So. So, such dir jetzt erstmal ein Türchen hier aus. Das hier ist das Laufband. Das hast du schon gefunden, ja. Das hier. Da werden die Burger drauf transportiert. So. Und du darfst dich jetzt eigentlich für jeden einzelnen Raum interessieren. Denn du musst da jetzt ein bisschen durchfinden, so was das alles angeht. So, du hast hier einmal die Frischwasseranlage, den Arbeiterbereich, den Stromgericht. Okay, dann glaube ich, gehe ich als allererstes mal hier in. In die Stirren im Oben-Generator. Ich liebe es. Du, 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 du. Wird es Lars oder so schaffen? Wird er es schaffen? Oh, was ein hartes Level. Okay, okay. Okay, 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 okay. Guck mal, da links hast du ein Generator. Den musst du einschalten. Nice. Und was du jetzt auch nochmal machen musst, ist dir diese Zahl hier zu merken. Ist das jetzt Raum 3, 7? Nee, das ist die dritte, das ist die dritte, die dritte Zahl ist das. Das ist die dritte Zahl. Und die musst du dir merken. Schreibst du mir, schreibst du mir ein bisschen einfach in den Chat oder nicht? Okay, genau. So, das heißt also, jetzt kannst du dir wieder einen neuen Raum aussuchen. Den hast du jetzt schon mal gemacht. Das heißt, du darfst dir jetzt einen neuen Raum aussuchen. Hello, Thomas. What are you doing, Thomas? Ciao, Thomas. Yeah, yeah. Ah! Oh, die Zombies sind in der Arbeiterfabrik gelandet. Du musst die Zombies umbringen. Du siehst aus wie ein Depp. Oh mein Gott. Du hast meinen Bildschirm schwarz gemacht. Oh, Alter. Du hast Köftespieß. Hä? Woher kommt das denn? Lol. Was ist hier passiert? Oh mein Gott. Schimmer, schimmer. Alter, du hast dich einfach voll abgeschossen. Oh mein Gott. Was war das denn mit diesem Köftespieß? Komm, geh rein und bring die jetzt endlich hier oben, Mr. Köftespieß. Ich mach erstmal hier draußen schon ein bisschen was. Du hast doch extra die Waffe bekommen. Komm, mach die Sache ein bisschen spannender. Junge, ich kann nicht. Go, go, go. Du schaffst es. Du schaffst es. Los, los. Bring sie um. Bring sie um, Lars. Bring sie um. Zack. Schlag dich frei. Schlag dich frei. Sei ein Mann. Sei ein Mann. Ja, ja. Du schaffst es. Komm. Komm. Verprügel sie. Bam, bam. Genau. Gib ihm auch. Oh, ja, ja. Da kommt noch einer. Komm. Von der Breitseite. Wo ist das hier? Ein Massaker. Liegen über unsere Toterhörungen. Junge. Die stehen alles wieder auf. Die stehen alles wieder auf. Ja, du musst sie besiegen. Du musst die Zahl holen. Du darfst, du musst sie nicht besiegen, sondern du musst die Zahl holen. Ich brauche nur die Zahl. Du musst die Zahl. Ich brauche nur die Zahl. Oh mein Gott, wo bin ich? Wo bin ich? Ich bin in irgendeinem grünen Raum. Hol mich mal bitte. Okay. TP, Lars oder so. Und back at it again. Los geht's, Lars. Viel Spaß dir wieder. Du musst die Zahl hier finden. Komm. Los. Dein Hut ist schon kaputt. Drei, vier. Okay. Alter. Okay. Okay, hab's. Hast du geschafft oder was? Drei, warte. Das war jetzt der Arbeiterbereich. Okay, ich bin fertig. Welcome back. So. Dann kannst du dich ja an den anderen Ort rantrauen. Und jetzt gehe ich hier rein. In die Frischwasseranlage hast du dich entschieden, ja? Ah ja. Okay. So. Ah ja, ich weiß schon, wie ich das machen muss. Yeah, yeah, yeah. Denn hier musst du mit der Waffe dir einen Weg zusammenbauen. Aber nur, wenn man genug Gehirnzeilen hat, um oben zu bleiben. Aber ich glaube, du kannst dich sogar von hier unten sogar auch hochbauen. Wenn du es gut kannst. Es passiert gerade gar nichts mehr. Du bist ein bisschen betrunken zufälligerweise? Ja. Oh, da gefällt es dir unten gut, ey. Ich habe keine Bombs mehr für den Rocket Launcher. Aua, 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 aua. Der benutzt die geile Kanone. Die geile Kanone. Ah ja, das funktioniert jetzt. Yeah, yeah, yeah. Ich sterbe. Ich werde sterben. Echt jetzt? Oh, das ist aber zu schade, du. Nee, ich glaube, du überlebst es schon. Go, go. Du schaffst es. Ich bin jetzt Spawnpoint. Yo, Lars. Das ist so witzig. Diese Zombies aus dem letzten Raum, die gucken dich so richtig an. Oh, Mann. Die wollen dich so richtig an. Junge. Hast du dir schon wieder? Oh, Junge. Das ist egal, wo ich hinschieße. Das ist egal, wo ich hinschieße. Ich mache dir mal. Kannst du mir bitte Dings geben? Ich mache dir mal so einen kleinen Weg. Ah, guck mal. Jetzt habe ich es verstanden. Ah. So viel zu verstanden, gell. Kannst du, kannst du mir. Warte, ich baue dir mal einen kleinen Weg. Guck mal. Ich habe dir jetzt einen Weg gebaut. So, der ist gerade. Da musst du nur drüber gehen und dann musst du nur einmal so richtig schießen, sodass du dich nicht selber einbaust. Genau, du musst dir wie so eine eigene Treppe rüber bauen. Das ist machbar. Ich habe das schon verstanden. Oh, aber du darfst halt nicht direkt vor deine Füße schießen. Das ist wichtig. Ja, aber das. Du kannst es schaffen. Ich schieße nicht direkt vor meine Füße so. Das passiert. Ah. Ah, ich lebe. Jetzt schwimm rüber. Du kannst es schaffen. Ich lebe. Ich lebe noch. Du schaffst es. Du schaffst es. Du musst nur rüberkommen. Ich habe mir noch ein kleines Herz, Mann. Du musst nur rüberkommen. Du musst nur rüberkommen. Du bist ja nicht vergiftet. Alles gut. Nur rüberkommen. Du schaffst das. Du musst dir eine Brücke rüber bauen. Ich kann nichts sehen. Bist du betrunken? Du schießt auch wie ein Betrunkener. Junge, ich schaff das einfach. Go, go, go. Jetzt sind es nur so Lama-Dinger, gell? Da wurdest du gefakt. Direkt wieder in die Suppe rein, gell? Komm, bau dich hoch. Nein. Ah, da fehlt. Komm, benutze die Kanone. Komm hoch, komm. Du schaffst es. Ja. Jawohl, du mit dem Rollo. Oh, da kommen die Slimes. Da kommen die Slimes. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Komm, ich mache dir mal eine kleine Schutzmauer hin, damit die Slimes dich nicht töten. Okay? Nein. So. Ohne schnell. So, hier. Chill, relax, relax. Willst du eine Milch haben? Komm. Ich sorge mich um dich. Mein kleiner Junge, hier hast du eine Milch. Also, pass auf. Ich kann dir jetzt auch helfen. Diesmal kannst du... Komm, gib mir mal eine Minigarn ab. Die Vergiftung, die Vergiftung ist so schlimm. Gib mir mal eine Minigarn ab. Nicht so geizig. Immer beides nehmen. So, das ist eine geile Waffe. Und jetzt musst du da hochgehen. Und jetzt schieß die Dinger ab. Schieß die ab. Ich bin ins... Du wurdest schon wieder von so einem Slime getötet, gell? Los, hol mich schnell. Los, komm. Jetzt auf geht's. Schieß die Dinger jetzt ab da unten. Ich helfe dir auch ein bisschen. Komm, go, 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 go. Das ist die Aufgabe. Das dauert ja richtig lange, bis die... Ah, jetzt. Nein, Mann, Alter. Du hast eine Minigun. Und außerdem helfe ich dir. Du kannst die auch nach hinten ins Wasser schießen. Dann sterben die auch. Jieeha! Die gehen sogar recht schnell tot. So, einfach reinballern. Und dann sterben die schon irgendwann. So, das Ding ist, hier unten ist... Ich hab keine Muni mehr. Hä? Keine Muni mehr. Keine Muni mehr? Gut. Dann werde ich dir helfen. Ich werde dir Rückendeckung geben. Und du musst unten jetzt die Zahl irgendwie finden. Alter. Go, go, du kannst es schaffen. Die Dinger sind so stark. So, du kannst es schaffen. Du kannst es schaffen. Du musst da unten jetzt einfach nur die Zahl finden. Wo ist die Zahl? Wo ist die Zahl, Lars? Siehst du sie irgendwo? Ich seh sie nicht. Doch, hinten ist sie. Siehst du sie? Ich seh sie. Warte, aber ich kann nicht sehen, was für eine Zahl da drauf ist. Was ist die Zahl? Was ist die Zahl? Hashtag 1. Ich kann sie nicht sehen. Geh weg. Ich schieße, ich schieße, Lars. Ich hab's. Welche Zahl ist es? Das ist Hashtag 1, 5. 1, 5. Okay, dann haben wir die schon mal. Hast du sie gefunden? Komm mal sicherheitshalber nach. Hast du sie gefunden? Gut. 1, 5. Ja, es ist richtig. Okay. Ich muss hier raus. Keine Angst. Ich bring dich wieder zurück. Ich bring dich wieder zurück. So. Jetzt brauchst du nur noch einen Raum zu machen. Und zwar die Happy Meal Geschenke. Bring die Kultrack, Baby. Die Happy Meal Geschenke. Fliegen sie mit dem Rentier durch die Cobwebs und finde die Happy Meal Geschenke. Los. Du schaffst es, Lars. Flieg der durch. Du schaffst es. Din, 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 din. Voll hängen geblieben. Nein. Alter. Das Rentier stirbt. Oh, 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 oh. Schafft er es? Schafft er es? Oh. Kurz davor gestorben. Kurz vorm Ziel? Du bist halt viel zu aggressiv geflogen, Mann. Oh, der arme Reindeer. Naja, komm. Ich schicke dich hier durch. Wo war das? Lol. Ich war ja da. Ich war ja da. Bei dir aus dem Po kommt einfach so eine Minigun raus. Okay, das hier sind die ganzen Preset. Und das hier ist Hashtag 04 und die Nummer 6. Okay. Okay, jetzt hast du alle Codes. Jetzt ist es an der Zeit, die Codes zu verwenden. So, du hast nämlich hier am Anfang hast du nämlich einen. Alter, der boxt mich. Da hat sich der Thomas einfach nochmal kurz an den kleinen Respektschlag gegeben. Das war, das nennt sich High Five. So. Kein, wo du spielst. So, jetzt musst du die Codes benutzen. Du hast ja hier noch eine Tür, die du nicht geöffnet hast, ne? Ja. Ah! Ah! Alter! Da schlägt er mich auf einmal. Okay. Das ist so witzig. Fünf war... Eins war fünf. Weichert sich der Code? Nein, natürlich nicht. Das ist fünf, vier... Sieben, sechs. Okay. Herzlichen Glückwunsch! Du hast es geschafft. Okay, cool. Nice. Nice, 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 nice. Yeah, yeah, yeah. Das war schon ein großes Ding, Alter. Das war schon riesig. War schon riesig. Deswegen, äh, auf in die Döner-World. Bin ich jetzt bei dir eingeladen. Let's go! Ja, los, komm schon. Ah, jetzt muss ich erst mal kurz entspannen. Okay, dann gehe ich jetzt mal in Game Mode 0. Eins. Und ich kann jetzt... Oh mein Gott! Da ist halt echt so ein Dönerspieß einfach auf diesem Tisch. Nee, das ist kein Dönerspieß. Das ist Kacka. Ah, okay, ich verstehe. Alles klar. Okay. Ich gehe mal rein. Was gibt es hier so? Bist du bereit? Drehspieß-Sandwich, Jumbo-Sandwich, Mini-Köfte... Los, rein da jetzt! Köfte-Sandwich, Falaf-Suchuk-Sandwich, Köfte-Spieß. Köfte-Spieß. Oh, okay. Köfte-Spieß. Okay, alles klar. Also, es gibt einen Weg und der führt dich zu einem alten Bekannten. Zu einem alten Bekannten. Zu meinem Köfte-Spieß. Zu einem alten Bekannten. Oh, ich sehe Globux unten. Digga, da ist Globux. Okay, und wie kommt man da rein? Oh! Hey, Globux, was geht? Alles klar bei dir, Kumpel? Junge, Köfte-Spieß. Warum verfolgt der mich, Mann? Der verfolgt mich. Nein, nein, der verfolgt mich. Guck. Oh, oh, was? Alter, hier ist, glaube ich, irgendwas verbar. Der targetet mich. Guck, Achtung, wenn ich jetzt hier ganz schnell langlaufe. Aber jetzt ist er hinter mir. Ja, jetzt läuft er mir hinterher. Okay, cool. Okay, du kannst ja mal Globux fragen, was denn so deine Aufgabe ist hier heute. Globux, was muss ich hier machen? Er freut sich richtig. Digga, Globux redet nicht mit mir. Ich kann mit Globux nicht reden. Okay, dann wird Globux dir kurz die Aufgabe vorlesen. Moment. So, Raum zwei. Die Küche. Küchen machen. Eine Secret Chest finden. Also mehrere Secret Chests musst du öffnen. Und da drinne befinden sich Dinge. Secret Chest. Erstmal musst du die Secret Chest... Junge, Globux, geh mir richtig auf die Nerven. So, der läuft mir... Globux. Globux, der gute Globux. Der läuft hier richtig herum. Der ist mein Dings. Derjenige, der mich hier so ein bisschen nerven soll, gell? Secret Chest, ist die an der Decke oder... Das sind schon viele. Einfach suchen. Secret Chest, Secret Chest. Weißt du, was kann denn hier ein Secret Chest sein? Also, ganz ehrlich. Okay, willst du einen Tipp haben? Ja, schon gerne eigentlich. Rissige Steinziegel. Ah, rissige Stein... Also hier im Boden irgendwo. Mann, Globux, du gehst mir auf die Nerven. Der gute alte Globux. Aber ich hab den ganzen Boden schon abgeklickt eigentlich. An der Wand vielleicht. Ah, ich hab hier ein Botan gefunden. Was hab ich da angeklickt gerade? Hey, Arizu, ich hab so Lust auf einen Köftespieß. Die benötigten Items findest du in dem nächsten Raum. Wenn du mir einen besorgst, geb ich dir auch eine Belohnung. Okay, ein Köftespieß. Okay, Secret Chest. Digga, da! Ich hab einen Dispenser gefunden. Aha, aha. Ein Dispenser, okay. Okay. Und jetzt? Und dann gibt's hier noch in der rissigen Steinziegel und bemoeste Steinziegel. Junge, wo sind hier in dem Raum rissige und bemoeste Steinziegel? Rissige und bemoeste... Aha. Ah, Raw Chicken. Ah, oh. Oh, ich kann Köftespieß bauen. Oh mein Gott. Und jetzt fehlt noch eine Sache. Okay. Fehlt noch was. Bemost. 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 Da, war bemost. Bemost. Ja, Charcoal. Jetzt muss ich den nur noch braten. Auf den Grill. Ich mach einen Köftespieß. Ich mach richtig einen Köftespieß. Einfach einen Köftespieß. Kohle drunter und anzünden. Ja, Mann, ich mach einen Köftespieß. Oh mein Gott, das ist das Beste. Das ist so dumm. Oh mein Gott, ich mach einen echten Köftespieß einfach. Ach, okay. Gut. Also, ich brate jetzt ein bisschen so. Klingt auch richtig knusprig schon. Okay, wie lange brauche ich, bis der Köftespieß circa fertig ist? Ja, das musst du nach Gefühl machen. Du bist hier der Dings. Der Dönerbäcker. Ja, ja, ja. Ich hab einen Cook Kebab. Okay, perfekt. So, jetzt kann ich den tauschen gegen einen Button. So, ich hab getauscht. So, und jetzt kann ich mir den Button drauf machen. Und raus da. Und raus gehen. The floor is lava. Mit Dodo. So, und jetzt darf ich, jetzt darf ich, oh. Ja. Okay, bist du bereit? Ich esse erstmal Köftespieß. Raum drei. Okay. The floor is lava. Du musst dir deinen Spawnpoint am besten setzen vorne, damit du, falls du eventuell sterben solltest. Was, was natürlich, was ich natürlich nicht glaube. Hä? Hallo? Was? Nein, du musst wieder zurück. Das zählt nicht. Der kleine Lasi-Hasi-Sparse darf heute hier ein bisschen mitbestimmen. Was? Oh mein Gott, was? Ist es Death Run? Oh mein Gott, aua. Was ist das denn? Das ist doch, du, du machst da jetzt Spiegel. Ich darf, ich darf mit entscheiden, ja. So. Hallo. Au. Ganz normal den Anfang gehörst du, was gefälligst auf mich zu hören, okay? Ich glaube, ich weiß, was ich tun muss. Ich muss da um die Ecke, gell? Bitte mach den Lavaboden wieder weg. Bitte. Du musst mir das Fake-Haus doch nicht schwerer machen, als es eigentlich ist. Oh, so. Okay, bist du bereit? Ja. So, es geht los. In drei, zwei, eins. Dö, 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 dö. Was soll ich denn hier machen? Dö, 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 dö. Ich kann doch nicht... Dö, 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 dö. Der Floor ist Lava. Was? Warum fliegt da was? Es geht los. In drei, zwei, eins. Oh mein Gott. Okay. Lava. Mist voll daneben. Oh mein Gott. Hey, da hinten ist, glaube ich, noch ein Special-Item gewesen. Hinten. Ich glaube, ich muss sowieso gleich nochmal zu... Oh mein Gott. Digga, das ist zu viel. Du musst die Lava doch wegnehmen. Ich kann das... Es kam noch gar nicht Boden. Ah. 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 Lava. Oh mein Gott. Ich muss mit Dodo reden. Die muss nicht... Okay. Komm ich hier durch? Ich komm hier nicht durch. Ich komm hier nicht durch. Ich komm hier nicht durch. Okay. Ich lebe. Lol. Ich konnte gar nicht drücken. Lol. Als ob du dich gesaved hast. Ich hab mich gesaved. Okay. Was mach ich jetzt? So. Du musst halt ans Ende gehen. Ich bin am Ende. Aber hier sind unsichtbare Wände. Du musst die aufmachen. So. Und dann immer zum nächsten Springen sozusagen. Ich verstehe. Mann, warum sitze ich mich dann... Zack. Ha. Hä? Das funktioniert gar nicht. Ich meine, der Platz, auf dem ich stehe, verschwindet einfach. Würde ich auch sagen, wenn ich du wäre. Hä? Lass, das ergibt gar keinen Sinn, dieses Spiel. Lauf auf das Ding. Lauf auf das Ding. Auf welches Ding? Auf das da? Ja. Und jetzt kommt Lava. Bleib da stehen. So. Zack. So schwer ist es doch nicht, oder? Digga, du drückst einfach immer diesen Knopf falsch. Ich komm gleich zu dir rüber. Lass du. Du weißt schon ganz genau, dass diese Dings... Gib her. Boden. Lass mich in Ruhe. Boden. So. Drei, zwei, eins. Nein, nicht drei, zwei, eins. Ich will jetzt durchgehen. Lass. Ja, okay. Ich mach es dir auf, okay? Mach es auf. Du bist sogar selber in Lava reingefallen. So. Jetzt mach es weg. So. Bitteschön. So. Du darfst ja jetzt rein. Ich kann da nicht rein, wenn du Lava hast. Mach es weg. Dieser Raum ist absolut Schrott. So. Okay, bitteschön. Okay, ich bin durch. Ja, ich bin durch. Okay, jetzt ist es ein bisschen einfacher für dich, okay? Aber muss ich Musik anhaben? Ich kenne einen Cowboy. Das ist doch... Muss ich die Knöpfe drücken? Noteblocks. Noteblocks. Ja. Ah! Ich hab... Mann, ich hab gar keinen Song gehört. So. Also Aramsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsams So, und jetzt musst du einen Jumpen Rund machen mit ganz vielen verschiedenen, ja, feiklen Dingen. Okay, dann habe ich hier, oh mein Gott, ich muss hier einfach auf so Laufbändern, gell? Ja, ja, ja. Dann nimmst du wenigstens ein bisschen ab. Haha. Oh mein Gott, das ist schwierig. So, da ist ein Bogen mit Infinity drin, gell? Ja. Was muss ich damit machen? Nehmen wir mit am besten. Diesen Knopf da abschießen, gell? Nehmen wir mit am besten. Du kannst doch keinen Steinknopf damit abschießen, oder? Es ist Holz. Ah, nee, es ist Holz. Okay. Lauf weiter. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist richtig schwer. Habe ich ja auch gesagt. Okay. Oh mein Gott, ist das schwer. Ich muss da einfach in dieses Wasser rein. Warte, ey, du hast mich falsch teleportiert. Hallo, ich kann das schon machen. Hallo, ja, okay, wenn du, ich wollte, ich hab... Kannst du mich nochmal... Ich wollte einfach nur nett sein. Ich kann das. Okay, los. Du musst mir das nicht einfach vorkauen, so. Ah! Warte, chill, relax, ich kann das. Ich mach dieses Schampel dann fertig. Ich guck einfach nur zu. Mann! Das ist voll schwer. Man muss erst reinlaufen und dann darf man erst drücken. Vielleicht musst du deinen Köftespieß werfen. Guck mal. Ich... 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 Ich brenne einfach immer noch, obwohl ich im Wasser drin bin. Oh! Wie soll das denn funktionieren? Ich bin auch nicht sicher, ob das funktioniert, warte. Okay. Ich brenne einfach die ganze Zeit non-stop, ne? So. Up Gravity. Oh mein Gott. Hä? Jetzt muss ich nach da, gell? Oh mein Gott. Was? Muss ich da einen Jump'n'Run-Sprung jetzt machen? Alter. Oh mein Gott. Was? Laber nicht. Wie sieht das so nicht aus? Das muss bestimmt voll krass aussehen. Oh mein Gott. Das ist mega krass. Oh! Mist. Lol. Jetzt muss ich wieder von neu anfangen. Anker abwerfen. Okay. Anker abwerfen. So. Hä? Da lang muss ich, gell? Oh mein Gott. Das ist das verrückteste Jump'n'. Das ist einfach Jump'n'Run mit Kopf über einfach, gell? Übel. Ah! Oh nein, ich habe aus Versehen das Ding da gesammelt. Hä? Da konnte man gar nicht... Minenfeld? Was ist das denn? Hä? Oh! Oh mein Gott! Alter, mich das gerade... Oh! Oh! Aua! Aua! Was das Ding stellt! Oh mein Gott. Der Anker hat dich nochmal richtig gesaved, gell? Digga, mega. Aber... Wenn du es nicht hinkriegst, dann fettst du dir einfach den Anker, Bro. Ich habe es noch hinbekommen. So. Ender Perle. Und jetzt da drüber werfen, gell? Jetzt musst du rüber, ja. So. Pass auf, da ist ein Zombie. Gehört dieser Zombie hier dazu? Lauf einfach über den drüber. Lauf... Nein, eigentlich nicht. Lauf einfach über den drüber. Ist egal. Warte, ich habe ihn doch gleich. So. Ich habe ihn. Okay, ich bin durch. Alter, Mann. So, und jetzt kommt das Bienenfeld! Oh mein Gott, Alter. Was ist das für ein Jump'n'Run gerade gewesen? Wie viel ist es schwer gewesen? Aber da, wenn du über das Bienenfeld läufst, ist es ein bisschen wie bei Mario Party, falls du dich da dran erinnerst. Ein Spielmodus, den wir geliebt haben. Wir haben ihn echt geliebt. Oh, 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 oh. Alter, sogar First Strike. Krass. Yeah! Alter, ich habe es auch wie eine Köftespieße bekommen und die Poop-Trophy. Oh mein Gott. Leute, das waren wieder unsere Fake-Häuser für heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Das Fake-Haus hier war ja überschwer, Alter. Das war richtig kompliziert. Wir haben es hinbekommen, mit Köftespießen, allem drum und dran. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Was? Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, haut da rein, Leute. Tschüss! Und ciao!